Und zwar unsere zwei Schüler, Josef und Stefanie Juhn, die schon sehr lange in unserer Klasse sind. Ich will mich im Namen unserer Leitung, unserer Musikschulleitung, Frau Direktor Klingemeyer herzlich bedanken für diese großartige Möglichkeit. Ich glaube, es passiert nicht so oft ein selbstständiges Konzert von zwei Schülern. Deswegen bin ich besonders stolz. Wir haben heute ein bisschen Pech mit der Krankheit, den Griffen und so weiter. Noch dazu muss ich sagen, Josef ist jetzt in Matura-Stress und trotzdem haben wir zum Entspannen sein tolles Konzert. Ich will eine Änderung, eine kleine Programmänderung bekannt geben. Und zwar nach dem Schubert spielen wir nicht den Brahms, denn Brahms, nur den zweiten Tanz, spielen wir nach dem Mozart. Wir haben festgestellt, nach dem Brahms, Mozart ist sehr schwer umzuschalten, also 10 wieder Mozart vorher. Und ich habe eine große Bitte an euch, also wir finanzieren selber den Kliniertransport für unseres Konzerts. Ihr wisst schon, es ist sehr aufwendig, so eine Sache mit Klinisch stimmen und transportieren. Deswegen haben wir ein Körbchen draußen gelegt und falls euch das Konzert gut gefallen hat, bitte spendet euch und hilft uns das ein bisschen zu bezahlen, weil die Gemeinde bezahlt das nicht für uns. Es steht nur dieser schönen Beende da. Also das ist meine Bitte und damit stelle ich unsere zwei Künstler vor und ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung.